so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors und die frage die sich alle stellen steht hyrule eigentlich noch schauen wir mal nach oder hat gar nun mittlerweile übernommen nein hyrule steht noch glück gehabt da sind wir da sind wir da sind wir happy da sind wir happy find mal gut okay du zeigst mir schon so hierhin soll ich da irgendwas was 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 willst du von mir können wir das kombinieren ist es aktuell sinnvoll ist wieder alles voll oh gott oh gott oh gott ja dann 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 kombinieren wir mal fleißig und gucken ob wir was brauchbares haben zum kombinieren das ist alles relativ normal das tut auch nicht sonderlich viel das ist wieder meine glücks kelle klar oder war das da oben noch am besten das macht noch ein bisschen mehr aber alles nicht sonderlich viel okay das hat ganz gut tschuldigung oh gott das hat hilfe dann nehmen wir mal die drei rein da haben auf jeden fall ein neues level fürs master schwert stufe 19 langer weg bis 30 was haben wir hier also auch alles voll was ist denn los bei euch mal hier irgendeins mit viel effekt kurs seit ich gemerkt habe dass es wichtig ist dass man diese diese anderen dinge aber jetzt haben wir hier halt überhaupt kein brauchbares das ist natürlich auch wieder belastend naja dann verkaufen wir wahrscheinlich eher anstatt dass wir kombinieren das erscheint mir sinnvoller wenn ich nicht ep sachen habe zum kombinieren dann ist es nicht so das wahre da ist noch nicht alles voll und da ist aber auch kein kein dings dabei da ist alles voll aber hier ist auch kein kein weiteres ep teil dabei nö schade stufe 13 von 20 ist alles relativ gleich naja komm eine stufe gehen wir hoch so warum nicht warum nicht nee maronus wirklich nicht selbst wenn der voll wäre aber nee ruposa vielleicht ist aber nicht voll rivali nee daruk okay und die anderen naja mit denen bin ich jetzt eh nicht so äh ne mega auf aufkämpfen gut ich hab grad keine ahnung was für missionen wir noch offen haben also klar die hauptmissionen aber wir wollen ja auch die kleinen missionen erledigen ähm ach yunobo ah da geht schon los okay kämpf mir mit yunobo was solls hauen wir ihn kurz ein paar level hoch so das sollte reichen ach ach oder hätte ich auch jemand anders wählen können nee kann ich nicht nee ich kann nur die beiden okay na gut auf geht's hauptsache wir kommen mal wieder voran hier hui 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 ach diese ladebildschirme na komm jawoll so was haben wir denn hier einfach verprügeln oha ja moin da hat jemand richtig oh ich hab nicht geguckt ob es einen krok gibt besiege die truppen des weißen leunen wir kämpfen am ende hier gegen den leunen ja moin oh god oh god so mein freund wo ist mein eis da oh das hat ja gut funktioniert ja der zieht jetzt schon ein bisschen was ab hier das war interessant das war So wirklich umgehen kann ich mit den neuen Charakteren halt nicht, ne? Ich will auch mit denen nicht allzu viel kämpfen, ehrlich gesagt. Aber für solche Missionen muss ich sie halt nutzen. Aua. Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. So. Das war der erste von wahrscheinlich dreien. Oje. Ja, ne, nicht so wirklich. Nicht so wirklich, das ist das Problem. Haben wir irgendwo Heilung? Oh, das geht gar nicht kaputt hier. Aber es geht auch nicht kaputt, okay. Dann haben wir hier schon mal keine Heilung. Schade. Ja. Ich will. Oh, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Okay. Ich mache kurz, bis ich zweimal das A aufgeladen habe und dann gehe ich erst mal zu den nächsten Gegnern. Okay, Abflug. Achso, kommt Darok mit, Kollege? Ja, wow. Komm mal hierher mit. Oh Gott, da ist der Weiße Leune, da ist ein Ivarok. Okay. Ja, moin. Ist hier irgendwas, wenn hier eine Sackgasse ist? Nein, hier ist einfach nichts. Okay, gut. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Die nehme ich aber kurz auseinander. Vielleicht kriege ich ja Flederflügelfiecher. Ja, einen. Wow, nice. Oh, vielleicht kriege ich noch mehr. Okay. Und da ist auch schon mein Kollege. Geh halt rauf. Bleib halt oben. Oh, du bist so eine Pflaume, ne? Oh mein Gott. Oh. Oh. Malzeit. Ja, kaputt. Jetzt komme ich. Oh. 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 Hey, Dauk ist hier. Oh, okay, wir sollten es machen. Oh nein, ich habe keine Heilung mehr. Wieso habe ich keine Heilung mehr? Wie fülle ich das denn auf? Das ist jetzt ja blöd. Wieso habe ich keine Heilung mehr? Was soll das denn? Nein, da hat doch nichts mehr gefehlt, Mann. Das Tor zum Leunen hat sich geöffnet. Ja, großartig. Ah, jetzt hat es sich ein bisschen aufgefüllt. Okay. Ist das der Leu? Ja, moin. Da ist er einfach schon. Aua. Das geht nicht gut. Das geht sowas von nicht gut. Alter! Ich muss definitiv gleich mit so Magie-Dingern arbeiten. Aber sowas von Hilfe. Na, hier, die da. Äh, so. Zack. Rein da. Aber selbst das, oh Gott, selbst das macht halt kaum Schaden. Yo. Weg. Weg. Okay, gut. Oh boy, aber ich bin viel zu schwach. Alter. 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 Ich wollte, ich wollte noch so Dinger holen. Ich wollte mein A noch aufladen, aber jetzt ist, äh, scheiße. Kann ich nochmal schnell mein A aufladen, weil es ist fast voll. Jetzt ist los. Ich denke, so viel Zeit habe ich, ne? Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen strategisch vor. Aber ich weiß, ich glaube, ich glaube, für ein zweites A reicht's nicht mehr, ne? Hm. Wird eng. Mal 2 A wären halt super. 2 A dem Läunen reindrücken. Sollte dann reichen am Ende. Ja, doch, wir kriegen's hin. Doch, wir kriegen's hin. Sehr nice. Auf, Abflug. Ab nach oben wieder. Ja. 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 Oh, das wird eine echt knappe Kiste. Meine Nerven. Oh je. Und zwar richtig. Oh Gott. Oh Gott. Das war... Das war... Wenn ich diese Zauber nicht hätte... Meine Nerven. Oh. Yay. Ach, das war wirklich eine Mutprobe. Mein Gott. 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 Okay, das schaltet nichts neues frei. Ich will mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben gerade die Waffe von ihm bekommen. So, die Hauptwaffe. Wir haben jetzt das Feinschmeckerfelsfilet im Einsatz. Und da haben wir jetzt das Delikatessen. Wobei... Ne, dann ist das hier schon das Bessere. Aber wir können hier gleich mal kombinieren. So. Okay. Was haben wir hier? Ist das schon wieder Juno? Wobei, da kann ich wechseln. Das ist jetzt nur, weil er ausgewählt war. Ja, da kann ich auch mit Link rein. Gott sei Dank. Dann eröffnen wir mit Link mal das Tanzfestival. Ich bin gespannt. Da gibt es fünf Crocs für. Da gibt es fünf Crocs für. Ja, auf geht's. ... Musik ... Aber wenn ich nicht gerade Link bin, bin ich echt stark unterlevelt, meine Nerven. Das war gerade eine Nummer. Uff. Das hätte halt auch locker schief gehen können. Der hat schon böse abgezogen. So, was müssen wir tun? Was? Besiege die Tänzer. Das heißt, alles findet in diesem Rahmen hier statt, okay? Meinetwegen. Nö, ich glaub nicht. Und tschüss. Mehr Tänzer! Niemand kehrt. Aber tolle Tänzer auch, ne? Also, puh. So tanze ich auch immer. Ui, zack. Und nö. Jetzt kämpfe ich noch gegen alle meine Hauptleute, oder was? Okay. Na dann. Hui, zack. Und jetzt? Kommen jetzt die ganzen anderen auch noch? Achso, er selbst. Ja gut, komm mal, Ronos. Das wird mir ein Vergnügen sein. Es wird mir ein Vergnügen sein. Zack! So gefällt mir das. Lol. Link gewinnt den Tanzwettbewerb. So tanzen wir. Ja, perfekt getanzt. Auf jeden Fall. Natürlich. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nichts verkaufe, was irgendwie äh, weißt du schon, mehr EP geben würde. Okay. Okay. Yay, 5 Crocsamen. Sehr nice. Haben wir schon lange keine Sache mehr gehabt, wo wir Crocsamen ausgeben mussten. Also aktuell sammeln wir es hier eigentlich nur und können sie gar nicht ausgeben für irgendwelche Upgrades. Aha. Aber vielleicht ändert sich das jetzt ja. Was haben wir denn hier oben? Stauraum Waffen Inventar plus 3. Ja, let's go. Was fehlt mir denn? Ein Rüstungskürbis fehlt. Geh doch weg mit Rüstungskürbis. Wehe, es gibt jetzt nicht vier Stück. Okay. Glück gehabt, Kollege, dass du die hattest. Glück gehabt. Sonst hätte ich jetzt aber hier... Wäre ich jetzt hier aber was geworden, du. Wir haben 93 Crocsamen. Yo. Alles klar, Maronus. Sehr nice. Sehr schön. Inneres Hyrule kriegt bald seinen dritten Status plus Dings wert Viech. So, hier war kein Kroc versteckt, ne? Und da war auch kein Kroc versteckt. Ne, okay, alles gut. Gut, dann, äh, ja. Nächstes Mal das Feuerspezialtraining schwer, würde ich sagen. Und was haben wir noch so? Da fehlen immer noch die Flügel, die Feuerfledermäus-Dinger. Haben wir jetzt eins dazu bekommen. Also, das wird stetig, es wird stetig dran gearbeitet. Hier ist keine kleine Mission mehr. Sieht soweit gut aus. Hier ist sonst auch keine kleine Mission mehr. Sieht auch gut aus. Da ist noch eine kleine Mission. Ah, der neue Orni-Typ. Na, großartig. Den muss ich auch ein bisschen leveln vorher. Da ist eine kleine Mission. Ah, Eisspezialtraining. Okay. Also, dann haben wir noch drei kleine Missionen fürs nächste Mal. Und wenn die durch sind, können wir eigentlich uns wieder zur Akala-Festung begeben. Wo die Schlacht weitergeführt wird. Okay, cool. So, dann wissen wir Bescheid. Nächstes Mal drei kleine Missionen und dann den Part drauf gibt es wieder Story. Danke fürs Zuschauen und tschüss. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.